Wir kommen hier rüber von oben. Hey! Ich komme! Ich komme von der Seite hier! Oh shit, weg! Alles weg! Lass uns nicht, los! Ein Kumpel, der hat mich draufgebracht und dann habe ich hier gleich Freunde, zum Beispiel Malte, getroffen und deswegen bin ich jetzt total oft hier. Ich bin auch in sowas wie BMX-Verein und das hier ist sozusagen der Stammplatz von dem. Wie heißt der Verein? Breakless. Rassburg-Verein, ich komme! Und mit dem Rass-GV, habt ihr da auch was zu tun oder seid ihr in Konkurrenz oder wie funktioniert das? Nö, ich fahre auch manchmal in der Halle, aber eigentlich nur selten. Und das ist nicht sowas wie Konkurrenz. Also da ist eigentlich hier vorwiegend für Kinder die Halle, da ist ja fast nur Jugendliche, Erwachsene. Und hier machen wir zum Beispiel, also so was mini-gems, also mini, ähm, ähm, wie heißt das? Was heißt die noch? Äh, mini-turniere mit BMX-Verein. Alle muskulöse Männer in freien Oberkörper. Meine Damen, die werden staunen und da kommt noch einer, der Anton! Vierer! Eins! Zwei! Drei! Drei! Und... Vier! Vier! Wuhu! Arriba! Vier! 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 Vielen Dank.